Hallo Leute und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Mario Hallo der Ich hab immer noch nicht meine Käse-Stange fertig Ja was hast du denn? Wie isst du denn? Wie so ein Hamster oder was? So glanzgeil ein bisschen Ich beiß halt gefühlt alle 5 Minuten einmal ab Und die Zeit dazwischen reg ich mich auf Alter bei einem bisschen ist die schon weg von mir Das ist eine lange Alter Das ist keine Augenstange Hey Anna Ja Anna nimmt direkt alles im Mund Klar erklär ich auch Äh Das ist eine Laugenstange mit Käse drum Das ist nicht diese kleinen Crack Ja Ich weiss das immer die Laugenstange Digga Die kannst du nie äh Ich weiss nicht mehr wie ich das beschreiben soll alter Ne lange Stange halt Ja ich hab mir das verkauft Verkauft eine Also verkauft die Mente aber bei uns Okay was ist das jetzt wieder von der Map Auf jeden Fall ist sie Also da musste ich eine ordentlich deepfroaten Dass sie die auf einmal rein bekommen Alter ich mag die Map What the fuck is das denn? Das ist die Raper Map Junge Das ist die Raper Map Junge Alter ich werd hier nur durchgefickt Alter ich Ach digga Wieso haben wir denn so tausende Items alter Was ist denn hier los? Ich krieg hier gar nicht mehr Ich krieg hier nur Fresse Fuck ich komm einfach nur so ein Nein Also Anna kann die ganze Käse Stange essen bei uns erfahrt ihr es als erstes meine Damen und Herren Ich hab gehört andere kriegen auch eine ganze Banane Aber bist du liebsten Zentimeter Haha Ich weiß gar nicht von wovon du sprichst Ich weiß gar nicht von wovon du sprichst Oh Das war ja gerade selbstverhalten Muss ich schon Alter What the fuck Das ist einfach nur Glück Die Platzierung hier Junge Ja vor allem Stern ist halt einfach so next level broken Alter Ja ich bin riesig Ah Das ist maus geworden Alter ich komm hier nicht hoch Haha Hör zu schießen Ich hab gesagt ich komm hier nicht hoch Ich bekomm ihn nicht hoch Ja Vor allem du Das würde ja noch weniger Sinn machen weil Das dann halt nicht Schießen säden würde sondern Schießen Alter 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 Junge diese fucking Banane überall Alter Wie auch immer hier erster wird ne Gut gemacht Haha Gut gemacht random erster zu werden Der hate is real Du Stück Scheiße alter ich wollte dich ficken und du fixst mich Das ist ein bisschen weird Kann ich mal ne Rakete bekommen? Digga ich hab schon die zweite Wolke Hahaha Alter das ist der Durchreich Simulator Das kannst du auf Pornhub laden hier Das wird als Porno angenommen Vielleicht reaktet ihr dann Tanzverbot drauf Haha Habt ihr das eigentlich schon mitbekommen? Ne Ok Ok Mal schicken Oh alter 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 Ich hasse dich Digga Ich war halt real fucking talk die ganze Zeit fünfter Digga und jetzt kurz vor Ende werde ich wieder so durchgenommen Ja du hab mich dreimal gefickt oder zweimal Es ist so lächerlich es ist so lächerlich Ich hab da lag einfach ein Grain im Stern auf dem Brunnen Ich hab ihn genommen und dann wurde er sich einmal gefickt Ja du mag genau Mich hat die mitgefickt Anna keine Sorge Ja Das war meine und dann ist direkt danach ein Blitz gekommen alter Das finde ich super Jetzt wird gleich bashen deschen bashen deschen Ich hoffe Was ist mit Was Leona Ob du die Map kennst Klar kenn ich die Ok Ich kenn alles Ich kenn alles in das Netz Kannst du das gleich mal nur erst suchen? Nö Ok Mach einfach die geile Map von vorhin wo ich Wobei ne war ich gar nicht Aber die geile Wo du nicht erster wachst Naja Na dazu Hättest du nicht reingelackt alter Hoho Dein gespielt spricht man aber anders auch Aaaaah Also ich hab hier die Gurt gleiche Banane gedrofft Ja das stimmt ja Alter Ich glaube ich muss einfach die ganze Zeit der sich scheiße Immer wenn ich sagt der sich absolut geil bin Dann fick ich meinen Arschloch gegen dein Popo Fahre ich ins nächste Loch Klar Aber jeder lügt mal ein bisschen Oh ja Fress Pau 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 War das nicht irgendeine Youtuberin die das immer gesagt hätte? Kein Plan alter Brauchst der gar nicht vorbei ist blieben Brudi Willst mich verarschen einer dieser scheiß Lava Cock alter Ja Soviel dazu alter Alter Oh mein Gott Alter Anna du bist so ne Skillerin Liebenswerte Person Die ich Einfach nur gerade So fest umarmen möchte dass er erstickt Pau das ist aber nett So bin ich halt So bin ich halt Nett Bist du nur auf welchem Platz immer noch erster Ach Maxi Nee Tatsächlich nicht Oh ja da ist wieder der Lava Cock Da ist wieder der Lava Cock Da ist wieder der Lava Cock Da ist wieder der rote Cock Da ist wieder Maxi vor mir Alter Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott ich hätte Anna besiegen können aber ich bin einfach dumm Oh bitch Na guck immer Ja halt die Fresse Gut gemacht Anna alter Kein Problem Mit welcher Magie ist jetzt Maxi erste geworden? Ich hab einfach meine Fresse gehalten das hat geholfen Ja oder das hilft wirklich Das hilft wirklich alter Jetzt möchte ich Geld dafür dass ich den Tipp erzählt habe Ja Also zum größten Teil Ab und zu habe ich mich über Basti lustig gemacht Aber das muss natürlich auch sein Ja 4 4 4 10er alter Oder 11er Ich weiß gar nicht mehr alter Aua Wie viele waren das die wir gerade gefahren sind? Die 1 oder die 2e? Hast du das getrunken? Das ist 3 von 4 das ist jetzt die 3e Das stand Ja Also war das gerade die 2e die wir gefahren sind Wir wollen ja nicht wissen halt Ja Ey du scheiß A4 Klaus mir erstmal mein Zauberwürfel Och ne das ist die ruchende Map Hahahaha 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 Die Schnauze Ey ich hake diese Map Digga Kleiner grüner Hahahaha Tschüss Ey machen Sie diesen Machen Sie diesen Deine Nase hier Wartet mal kurz Hahahaha 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 Jonah dein Controller Hahahaha Das war übrigens mein Blitzbastiger Ich wollte es nochmal erwähnen Danke Hahahaha Dass du so großzügig bist und dein Blitz mit allen Teils Hahahaha Alter Leona Hahahaha 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 Absolut lost Das wars Alter Absolut keine Chance mehr Zufall ist Anna hinten Schon die ganz Höhen eigentlich Hey gib mir doch mal einer Rakete Oh aber jetzt bin ich hier hello Ey s信 RIP! 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 Jaaaa Richtig so Ja, warum man das gemacht hat, alter, Props gehen raus Ich bin noch 50 komm Was? 50 Gramm? Können wir noch 50 komm? Achso Ja, äh, bin ich an dem Green, alter Ist ja den Eintrag schonmal passiert Alter, da wurde ich aber auch durchgehnudelt Ey Junge Ich mag ihn Ey Digga Nein, ich war Träter, du Stück Scheiße Warum bist du so hässlich? Ich kack dir ins Gesicht Das stinkt mir immer, wenn ich in den Spiegel gucke Ja Nein, was macht Oh mein Gott, what the fuck Deswegen hab ich bei mir alle Spiegel abmontiert Damit ich mich nicht sehen muss Oh RIP! RIP! Dann komplett gefailed Moin Nimm mit die Banane Klar Was? Klar Achso Ach Digga Oh boy Ah, f- Fuck Scheiße, Ure Ey Digga Jetzt hab ich so laut hier rum gepustet Dass die kompletten Rümmel durch mein Zimmer geflogen sind Was ist die so staubig, deine Dings da? Wie hier Da, da, da ist so viel von abge- Ach Warte, ich... Ich mach einfach ein Bild, alter Loxi isst eigentlich nur Mehl Gefühlt schon, der Jimmer Es geht los Mir egal, alter, ich mach dieses Bild Von mir, oder was? Von mir, oder was? Ja Alter, warum sind es 5 MB, Bruder? Ja, äh... Jetzt kannst du gucken, Basti, guck mal schnell, guck mal schnell Alter, nein, nein, nein Was ist das denn, alter? Genau Alter Klar Klar, erwischt mich der Pimmel Oh Ich fahr' der grünen Mini-Figur einfach hinterher Der grünen... Der grüne Mini-Figur Der grüne Mini-Figur Der grüne Mini-Figur Der grüne Mini-Figur Er ist mit Corona ausgebrochen Hä? Was war ich hier? Hallo? Hallo? Wo geht's denn jetzt hin? Der hilft sie mir Ich bin in Gefahr Alter, Digga Ich bin so in Next Level-Dumm, das gibt's einfach nicht Doch Du existierst ja Ja, leider, alter Ist schon ein bisschen heiß hier Tja, ich feier auch hier Ja Oh man, ich wollte auch grad so'n Spruch bringen, ey Jeder wollte das Ja Das weiß ich nicht Der, nur, nur, die, 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 wo's halt stimmt, ne? Ja, gut, okay, Basti wollte's auch bringen Ich nehm das zurück Alter, was ist das denn hier für ne... Kurvennudel, alter Hä? Wie ist mein Dude gelandet, alter? Dude gelandet? Bin ich gar nicht beendet, alter Ja, Sam Och, bin ich dumm Irgendwann nimmt mich mein Arschloch mit, ey Ja Oh man, danke Danke Good Job, Anar, alter Drop noch fünf weitere, dann... Schick schenke ich dir von Euro Schick schenke ich Och, boah, du hast mich gesehen Alter, aber warum drifte ich eigentlich immer falsch, alter Wie kann man denn so unglaublich dumm sein? Nein Da kommen wir denn die Raketen an mir vorbei Da kommen wir denn die Raketen an mir vorbei Das wär ein Fick, Dig, aber warum hat die Scheiß mit nur zwei Runden? Weil die so lang ist Nein Nein Oh Kannst du mal auf ein Stück, das ist... Mann, ich stöhne hier gleich mein Gesicht, Junge Was ist hier los? Was ist hier los? Nein, doch mal beachten, alter Das ist einfach noch ein... Nee, schuldig Ach, Mann Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist das... Das hab ich gar nicht hochladen, ey Ah Na hallo, wo ist denn der Rote? Wo ist der Weiße? Also... Der darf das Du weißt von wie viele, gegen wie viele NPCs du verloren hast, gegen zwei Und dann noch gegen mich Weißt du das? Ja... Ich bin froh, dass ich immer noch besser bin, als Maxi und Leora Ach... Was hast du gesagt, Anna? Dieser Punkteabstand Dieser Punkteabstand Also ich würde mich da schämen Würde ich aber auch wächern, Basti, stelle, alter So ne große Fresse, aber da nichts zu tun 2000 Spielstunden und dann mit ne Fütter, alter Oh, Alter, ihr könnt so groß sein Hör auf den Zungel zergehen lassen, alter Ja, du froh zu irgendwann So froh sein, dass wir nicht in dem Raum sind, Mann Das wär geil, ey Hätte ich dir schon so oft auf die Fresse geschlagen, dass es wirklich vor dir wär Ey, wir müssten... Wir würden gar nicht so weit kommen, hier auf die Runde zu spielen Nach der ersten Runde wär immer schon der Krankenwagen da Das war halt... Wir würden wahrscheinlich auch nicht auf dem Fernseh spielen Weil wir keinen mehr hätten, alter Ich mein, ich würde dann auch einfach die Hand zu einem anderen gehen und den Controller einfach wegwerfen Ja Das ist so geil, Anna nix konnte all die Runden und ich starte die Aufnahme Junge Ohhhh Ich hab's kein Gewalt Ich hab's kein Gewalt Erst wenn den Dick ausgepackt und was sie in die Schnaufe gekommen Wie gesagt, ich hab's ja auch nur für die Aufnahme ausgehalten Damit ich dir einfach so... Weißt du, dass ich dir Hoffnung gebe Und dann... Schön... ...dich einfach vergewaltigere Ja, so fühl ich mich auch Ja, so fühl ich mich auch Das freut mich Das freut mich wirklich Weißt du, dass ich... Junge Also ich glaube, in Wirklichkeit hat Basti einfach Knochen trocken gespielt Hahahaha Oh Mann, Maxi, Alter, deine Wüste sind so trocken Wie Knochen trocken, ey Ja, so wie meine Käse-Stange, Alter Hihihi Wie, was? Für die Käse-Stange Ja, so Ich bin aber immer noch der jetzigste mit 100 Punkten Also, die immer noch 100 Punkte hatte Ja, ich bin auch sehr schmerzt auf dich, Leone Ich auch Hahahaha Würde wir jetzt weiterspielen, oder? Ja, ich glaube, Basti will seine Niederlage noch ein bisschen anschauen Hahahaha Hä? Also, im Gegensatz zu anderen Personen Mache ich wenigstens nicht... Die nicht so viel Spielzeit haben Jetzt seid doch mal ruhig, bis ich meinen Satz beende Im Gegensatz zu anderen... Ich hab aber schon... Ich hab aber schon... Im Gegensatz zu anderen Personen mache ich nicht einfach Dolphin aus bei dem Screen hier Hahahaha Wer hat'n Dolphin aus gemacht? Ich? Leona, öfters Naja, weil... Du hast doch einmal was öfters, Alter Ne, du hast das zweimal gemacht Einmal? Feuere ich, Alter Ich kann mir... Ich kann meine Niederlage mir wenigstens eingestehen Auch wenn ich nicht damit übereinstimme, was hier passiert ist Aber... Ich muss sagen, dass Anna... Also ich sehe den Fehler ehrlich gesagt nicht Ich meine, gut, du hättest vielleicht auf der zweiten Hälfte sein sollen, aber... So stimmt eigentlich alles Ne, ich kann dir da ja keine Konkurrenz machen Irgendwo musst du ja ganz oben sein Wenn du schon auf der linken Seite nie schaffst Wart ab, Alter Hahahaha Mario Kart Let's Play Folge 100 Wart ab, Alter Schöne Wart ab, Alter Wart ab, Alter Schöne Wart ab, Alter